Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu A Link to the Past. Der Plan sieht nun so aus, wir müssen als nächstes Prinzessin Zelda befreien, da oben in dem vorletzten Dungeon und dann noch zu Ganons Turm. Wie auch schon beim letzten Dungeon, weiß ich auch bei den beiden kommenden, ehrlich gesagt, nicht mehr so wirklich, was uns da erwartet. Kann sein, dass auch die, wenn etwas umfangreicher waren, auch etwas tricky waren, müssen wir einfach mal schauen. Vorher wollte ich aber jetzt noch so ein paar Sachen herausfinden, möchten wir so abchecken. Schauen wir mal. Zum einen, ob wir schon die große Bombe besorgen können. Kann sein, dass das auch erst geht, wenn wir Zelda haben. Das war natürlich jetzt hochintelligent von mir. Schauen wir mal. Die Bombe gibt es für gewöhnlich, was heißt nicht für gewöhnlich, sobald es hier gibt, gibt es die hier in der Schattenwelt, wo unser Haus steht. Habe ich glaube schon mal erwähnt, den Bombenladen. Ich glaube, ich war schon mal dort. Gucken wir mal. Ist ja gleich hier um die Ecke. So, da hat er sie. Geil. Kaufbombe für 100 Rubine. Superbombe für 100 Rubine. Ja, ist noch glatt geschränkt. Legt diese Bombe, wo du willst A-Knopf drücken. Nur nicht bei mir. Okay. Ja genau, die kann man nur einmal quasi benutzen. Da muss man die neu kaufen. Die folgt einem jetzt. Und da muss man die einfach ablegen und verschwinden. Man darf aber nirgendwo nicht an diesen Ecken da runter springen. Da an diesen Kanten. Kann sein, dass noch ein Gegner nicht getroffen werden sollte. Das weiß ich jetzt nicht genau. Wir versuchen das mal zu vermeiden. Die müssen wir nicht an einer ganz bestimmten Stelle platzieren. Oben an der Pyramide. Habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann erwähnt. Oh, ab. Wobei ich jetzt gerade auch nicht weiß, wie ich mich dann genau hinstellen muss, damit die da liegen bleibt, wo sie liegen bleiben soll. Legt ihr die vor mir ab? Oder bleibt die genauso hinter mir? Müssen wir das einfach mal ausprobieren. In der Not müssen wir noch mal eine kaufen. Geld haben wir ja. Ja, wir erinnern uns, der hat mir schon mal irgendwo so eine Fee gefunden, die uns Gegenstände verbessert in der Lichtwelt. Das wird geschehen. Wir werfen mal einen Bogen rein. Das ist nämlich Pflicht. Ja, hier finden wir auch eine. Nicht ganz so attraktiv. Wo war er? Hast du das geworfen? Ja. Du gefällst mir, mein Junge. Vor allem deine Ehrlichkeit. Das muss belohnt werden. Nimm diese Silberzeile. Du wirst sie brauchen, Gannon zu bezwingen. Wie ich aussehe? Ich weiß. Früher war ich wirklich schön, aber heute? Das kann ja jeder sagen. Gannon hat mich verunstaltet, um meinen Willen zu brechen. Deshalb vernichte ihn. Ja, perfekt. Wir schon im allerersten Zelda brauchen wir auch hier wieder die Silberpfeile. Aha, die Silberpfeile. Mit denen gibst du Gannon den Rest. Ohne die werden wir Gannon also mal wieder nicht bezwingen können. Sprich, wer das hier nicht gefunden hat, bevor er zu Gannon geht, hat mal wieder Pech gehabt. Das hatte ich ja, glaube ich, in meinem Let's Play des ersten Zeldas auch schon mal, dass ich außerdem bei Gannon gelandet bin, ohne dass ich den Silberpfeil gefunden habe. Entsprechend durfte ich mich dann umlegen lassen. So, was man hier noch verbessern kann, das weiß ich auch noch, ist das Schwert. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Inzwischen haben wir es auf Stufe 3 bekommen, dank der Schmiede. Jetzt werden wir es auf Stufe 4 aufrüsten. Ich glaube, wir schenke ich dir etwas Besseres. Ja, dann schenk mal. Du hast ein besseres Schwert bekommen. Spürst du die Macht dieser Klinge? Nö. Doch, doch. Gut, mehr gibt es nämlich zum Werfen. Perfekt, haben wir das schon mal erledigt. Der erste Streich. Jetzt wollte ich noch mal zum Friedhof gehen. Lassen wir das hier einfach weitergehen. Allerdings, der Friedhof der Lichtwelt. Ich meine, da bin ich beim letzten Mal nicht mehr gewesen. Seit ich diesen stärkeren Krafthandschuh habe. Ah, für alles nur noch einen Schlag hier. Komm her. In meiner Herzen wieder. Ne, müssen wir das nicht. Ich weiß nicht, ob ich das hier letzt Mal noch nachgeguckt habe. Aber was gab es hier denn? Nix. Ah, ich muss ein bisschen Kraft aufhören. Ach, ich glaube doch, ich habe das probiert. Bin aber nicht dagegen gerannt. Ich glaube, ich habe auch nur versucht zu schieben. Oh, der Zauber-Ummon. Fahr gegen ihn, du bist unsichtbar. Achte auf deine Magieanzeige. Ich dachte, er hätte dich noch in irgendeinen der Dungeons gekommen. Das ist ja witzig. Den brauchen wir nämlich, um über diese Stacheln zu laufen. Da haben wir neulich irgendwo mal so eine Höhle gehabt. Kann sein, dass es um ein Gebirge war, wo wir eh hin müssen. Wo wir da nicht rübergekommen sind. Im letzten Dungeon hatten wir auch so eine Ecke, wo so eine Truhe auf den Stacheln erschienen ist. Aber da hatte ich das blöde Unling doch gar nicht. Hätte ich mir mal eher holen sollen. Naja, egal. Jetzt wollte ich noch eine Sache gucken. Bevor wir uns ins Gebirge begeben. Woops. 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 Ja, das meine ich eigentlich nicht. Hat für mich irgendwie noch so ein Spiel, so ein Rennen oder so was? Oder war das doch in der Lichtwelt? So ein Unsinn. Willkommen im Schatzkeharten, grabe in 30 Sekunden so viel wie du nur kannst. Alles was du findest für dir. Ach, ich probiere uns das kann losgehen. Gut, ich grabe. Ja, hier die Schaufel. Sie hat den Weg. Wenn man irgendwie 80 Rubine für so einen Quatsch bezahlt, dann muss ich doch eigentlich irgendwas vernünftiges geben, oder? Nicht so ein paar lächerliche Rubine. Ich meine irgendwas, was... ... man auch was bringt. Ich bin doch weg. Hm. Ja, ich will direkt nochmal. Ich glaube, ich habe mir damals schon die Mühe gemacht, das vernünftig zu durchsuchen. Aber theoretisch muss es ja irgendwas vernünftiges geben. Weil, warum soll ich so viel Geld bezahlen, wenn ich nur einzelne Rubine wiederfinde? Ja. 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 Ich habe auch keine Lust, das jetzt großartig hier umzugraben... ... ... ... ... ... ... Ich glaube schon gemacht das Rennen, ne? Na gut, wir übergeben uns jetzt erstmal ins Gebirge. Da gab es auch noch eine ganze Ladung Höhlen. Unter anderem auch diese Höhle, wo die ganzen Stacheln eben waren. Vielleicht jetzt noch nichts, wenn ich wieder fahre. Mal durchgucken. Vor allem glaube ich, dass ich da niemals langgesang bin. Aber ich weiß gar nicht, was es da gibt, was man da machen kann. Ich kann mich zumindest nicht erinnern. Jetzt noch die Frage, war das in der Lichtwelt oder in der Schattenwelt? Ja, gute Frage. Überhaupt, das war in der Schattenwelt. Ich meine, in der Lichtwelt hier so ziemlich alles durchkämmt. Ach komm, das wird doch in Ruhe. Ich hätte jetzt keinen Bock auf euch. Das war hier. Ja, das ist es doch sogar. Guck mal, gucken wir mal. Können wir nicht mit diesem Umhang hier? Unsichtbar machen und dann können wir da drüber laufen. Ich muss drauf achten, links geht die Magieanzeige leer. Also, du sollst dich ein bisschen beeilen. Nicht wie ich an jeder Ecke festhänge. Alter Schwede. Ach, der Birner starb. Der Birner starb. Der Birner starb. Schwingen mit einem Ring aus Licht wird dich schützen. Okay. Wollen wir fernschützen? Schützen wovor? Ich kann mich nicht erinnern, diesen Gegenstand jemals eingesammelt zu haben. Na ja, gut. Gut, das ist für die ganz Blöden, die es wahrscheinlich ohne Mantel gewagt haben. Ach so, jetzt muss ich aber nur zurück oder wie oder was. Ach nee, das ist dann für die, die jetzt ein Pech gehabt haben. Ich könnte auch mein Wässerchen benutzen. Ach wie dumm, das habe ich letztens mal angekündigt. Ich wollte doch eh Wässerchen kaufen, bevor wir uns zu den Wäldern begeben. Na gut, dann können wir das jetzt auch eben saufen. Äh, wir müssen ja eh nochmal einkaufen. Hab ich ganz vergessen. Gut, wir kommen hier wieder weg. Ich gucke mal, ob es irgendwo in einem Felsen drinstehen oder so. Ne. Wieso da denn? Ja ja. Ich glaube immer Rot ist gratis. Also einmal grün hätte ich gerne und zweimal rot. Ja, weiß ich. Das Lebens-Elektien. Blah, blah, blah. Ich könnte jetzt noch meine Magie ein bisschen aufhören, so der Freundlichkeit halber, dachte ich. Nein, nicht? Okay. Ständig finde ich irgendwie so ein Magie-Scheiß. Jetzt, wo ich es brauche, ne? Da ist wieder keins da. Ach, schon besser. Guter Mann, du bist mein Freund. Du musst mal immer so ein bisschen meckern, damit es funktioniert. Ach, meine Fresse. Katzen? Nein, natürlich nicht. So, jetzt haben wir schon ein bisschen Zeit, ihr verbraucht. Ich werde jetzt trotzdem das Dungeon direkt daran hängen. Ich hoffe, wir brauchen noch nicht zu lange. Aber ich habe jetzt wirklich keine Ahnung mehr, was uns da erwartete. Oder erwartet. Ich mache das. Ich habe das. Ach, ich habe das. Mir ist Ouais, geht's. Mir istraum. Mir ist Nebie. Ich hoffe, es sehe. Glaubst du jetzt irgendwie mal wieder Mangelware bei euch? Ah, das Luder hilft uns. Ach, das ist alles schön vom Acker hin. Ich weiß immer noch nicht, wie man das blöde Herzterle hinten rankommt. Es kann natürlich sein, dass es über eine dieser Höhlen irgendwie ging. Ich habe aber ganz ehrlich überhaupt keine Lust danach zu suchen. So, hier brauchen wir das Erde-Medaillon, die wir an diesem Symbol unschwer erkennen können. Und da wären wir. Wälder, ich komme! Der Stockwerk, okay, das ist schon mal okay. Das ist nicht ganz so viel. Cloud, verfügst du über das Zauberelixier? Falls nicht, solltest du nicht weitergehen. Ach, dieser Spaß. Genau, man kann mit diesem roten Stein so Blöcke erstellen. Und auf diesem Fragezeichen kann man eine Plattform aufbauen. Ach stimmt, da wurde jetzt hier gleich richtig Schindluder mitgetrieben. Ja genau, da geht es schon los. Das ging jetzt richtig rund. Soll dieser Typ da verschwinden? Ich habe jetzt quasi entschieden, in welche Richtung der fährt und in die ich in die entsprechende Richtung schaue. Ich dachte vielleicht einen Schlüssel oder so. Okay, das ist mal eine unnötige Tür. Ich kann aber auch nicht an... Doch, genau. Ich kann in diesen Abzweigungen auch durch die Richtung wechseln. Muss ich allerdings für... Egal, dich die Nade allein sammeln. Muss ich allerdings im richtigen Moment für drücken. Das kann aber auch schon mal zu spät sein. Oha, hoppsa! Zu spät sein, wenn man hier aufkommt. Also links geht es schon mal weiter. Nein, nicht gut. Leute, ich möchte nur einen großen Schlüssel und den Gegenstand haben und dann gehe ich direkt zur Zelda. Alles andere ist mir egal. Ich pfeife auf eure Karte, ich pfeife auf den Kompass. Im sonstigen Blödsinn. Hoppsa, mein Fehler. Ich glaube, mit diesem Unsichtbarkeitsumhang kann man sich nicht vor den Gegnern verstecken. Der dient, glaube ich, wirklich nur dazu, dass man über die Stacheln kommt. Könnte man aber eigentlich mal die ausprobieren. Ach, meine Güte. Ich gehe wieder... Daher kommt noch eine Tasche. Ich gehe wieder... Ich gehe wieder... Ich gehe wieder... Das habe ich jetzt nicht wirklich nur gemacht, damit ich diese blöde Fee und dieses Zauberding bekommen habe. Tickt ihr denn nicht ganz nauber? Ha, ha, ha. Wie lustig. Oh Gott, ich mache mich tot. Schlüffel haben wir noch nicht. Oh Gott, das ist interessant. Oh, toll. Können wir noch einen Weg gesehen. So. Gut, das brauchen wir noch alles nicht. Nach links bitte. Dankeschön. Kompass, wer hat er jetzt gestreicht? Oh. Ach so, die Tür geht nur auf, wenn ich den Rücken zudrehe. Und wenn die zu ist, dann öffnet sich aber das Auge und schieß. Witzig. Ich gehe mal rückwärter durch, dann rechts. Oh Gott, oh Gott. Ja, die machen mir Spaß hier. Jetzt geht das Spielchen direkt weiter. Da muss ich jetzt irgendwie all diese Fackeln entzünden. Damit weiß der Geier welche Tür aufgeht oder Truhe erscheint. Vielleicht die Tür hier oben? Ich weiß nicht, wir fahren erstmal mal durch und gucken uns das an. Ach genau, man muss aber halt im richtigen Moment drücken, um über die Satz-Zeitung zu kommen. Denn sonst sind bis dahin alle Fackeln wieder aus. Ach Kinder, ich mache mich irgendwie tot. Boah. Nee, tue ich nicht. Sonst hat er auch noch überlegt. Na ja, kann sein, dass ich schon zu früh gemacht habe und die Tür wieder zu geht, dass ich jetzt hier hätte schließen müssen. Ah, was mache ich? Ich bin irgendwie äh... Gut. Ich bin irgendwie abgerutscht. Und zurückgefahren. So gut, versuchen wir uns aber direkt nochmal. Oh, das war möglicherweise... Ich habe eben ein Meer benutzt. Oh mein Mann. Christoph. Was bin ich wieder für'n Scheiß? Was? Karte? Schlüssel... im ersten Raum gab es verschlossene Tür sehr intelligent Sollte mal damit. Oh, die sind noch ein bisschen fies. Hallo, was muss ich denn hier tun? Oh, wie fehlt mir der Fluss an? Aha! Geh weg! Uiuiuiuiuiuiuiuiui! Ja klar, mal immer drei Herzen aus der Tasche gezogen, ob ihr das gesehen habt. Oder zwei, oder naja viel zu viele. Geht mal bitte vorbei? Habt ihr wohl nicht mehr alle? Ach herrje. Das nehme ich, das nehme ich auch. So, die Trider wollte ich noch nicht unbedingt. Kommt noch. Vielleicht schmeißen jetzt alle ihre Elfen raus? Ich mein, das finde ich gut, aber... ...was ungewöhnlich. Wo geht sie wohl nicht weiter? Ich glaube, wir müssen halt mal hier. Ich habe keine Ahnung, ich nehme auch mal die Linie. Das ist ein Grund, dass sie... Ach so! Man sollte etwas schneller da durchlaufen. Ja gut, das war blöd gemacht. Nein, nein! Meine Güte! Ohohoho, da war mir so ein Auge drüber. Ich habe etwas spät gesehen, beziehungsweise gar nicht gesehen. Ah, großer Schlüssel. So, wo ist der Endgegner? Ich habe keinen Bock mehr. Ach ne, ich brauche noch den Gegenstand. Diese Irren anstellt. Okay, ich würde mal sagen, das war direkt... ... gerade richtige Röhre genommen. Jetzt schneiden wir uns die andere. Cool. Mit einer 50-50 Chance versage ich doch eher. Aber das freut mich doch nicht mal. Ich glaube, das geht uns allen so. Mit einer 50-50 Chance. So! Weiter im Text. Oh, guck's da. Nein, 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 nein. Vergebt. Hältst du jetzt mal still? Es reicht! Ach, ich habe noch gar keinen Blick auf die Karte geworfen. Ich habe gerade so ein... Bei der oben haben wir schon mal alles gesehen, dann ist gut. Den baut fast durch. Aha. Genau, das hat hier so mehrere Eingänge. Also die geschlossenen nicht schießen, weil ich mich zu ihnen drehe. Die offenen schießen, weil man in die Nähe geht. Ja. Du musst sicher vorbeikommen. Ah, ich bin hier draußen. Ah, okay. Ich bin draußen schon klar, aber ich meinte hier draußen. Oh, perfekt! Leser, öffne dich. Äh, meine... Das ist egal. Das Spiegelschild. Damit lass mich strahlen abwehren, gegen die dein altes Schild machtlos war. Aufgrund diesem fetten, blöden, bescheuerten Auge? Ach so. Ja, danke schön. Ja, danke schön. Ich glaube schon wäre so eine Zumutung. Hier war dann wahrscheinlich nur... Ja, genau. Gut, alles klar. Karte? Oben müssen wir irgendwie noch kommen, was wir nicht genau weiß so lieb. Was ist denn da noch ne Röhre, die ich von nicht genommen habe? Wo muss ich irgendwo durch, welche Röhre ist das? Hallo? Äh, was mach ich hier? Hab ich jetzt irgendwie geraucht oder was? Genau. Was war das jetzt für ne Aktion? Ne, ja, wenn man versuchen soll, die zu erwischen, um so ne Fäde zu ergattern. Ha, gleich zwei. Oh, da war schon wieder der blöde Auge. Ich hab's schon wieder vergessen. Ne, da unten. Ich muss irgendwie von da unten kommen. Welcher Weg ist das denn? Ach so, das war über der Tour. Ich hatte keinen Schlüssel. Ich habe immer noch keinen Schlüssel. Scheiße, wo krieg ich denn den Schlüssel her? Oh, ich hab ne Vermutung. Nämlich, dass der in diesem Raum ist mit diesen fünf Äuglein, die von hinten angelacht haben. Unter einem der Totenschädel. Ich hab nur den einen hochgehoben. Und bin dann durch die Tür gegangen, die ich gesprengt hab. Möglicherweise waren unter den anderen Totenköpfen irgendwo der Schlüssel verborgen. Hab ich gesagt, waren. Ich meine, natürlich war oder ist viel mehr. Und wie komm ich auch nochmal hin? Das Level ist überhaupt nicht lässig. Ich frage mich, kann mein Schild nicht nach vorne halten, no? Da geht's. Na gut. Das hat ja auch nicht genau, wie wir das jetzt anstellen. Hier, das hab ich gemeint. Ja, aber ich muss jetzt da dran. Reagiere ich auch, wenn ich mich unsichtbar mache? Ja. Alles klar. Hiermit vielleicht. Vielleicht schützt er mich vor denen. Oh ja. Ja, hör auf. Achso, ich entscheide selber, wann der aufhört. Cool. Gut, dass ich den noch gefunden hab, dieses Unding. Gut, den hab ich damals nicht gefunden. Deswegen weiß ich noch genau, was das hier für ein Theater war. Wunderbar. Hier gibt's den Schlüssel auch nicht. Ja, damals hatte ich diesen Stab nicht, als ich das damals, jedes Mal, wenn ich das Spiel gespielt hab. Ich hab das nochmal durchgespielt. Und irgendwie hab ich nie diesen Stab geholt oder gefunden. Entsprechend schwierig gestaltet sich das alles. So, Kinder. Gibt's hier irgendeinen unsichtbaren Gegner oder so? Ich will den Schlüssel haben. Fällt ja wieder einer von der Decke. Ach, das ist doch kein kleiner Schlüssel. Ist das ein großer Schlüssel? Kann das sein? Das ist ein großer Schlüssel. Leute, sagt doch was. Ach, muss doch mal die Augen aufmachen. Ich finde irgendwie sieht das genauso aus wie die Tür mit dem kleinen Schlüssel. Ach, Kinder. Jaja, ihr habt's natürlich die ganze Zeit gewusst. Ich weiß. Und ich bin wieder der Blöde. Selbstverständlich. Ach, guckt euch mal den Obscurer an. Der sieht das gar nicht. Das ist ein kleines Schlüsselloch. Oh, jetzt hat er es auch gesehen. So, ich muss ihn ein bisschen anders machen. So, zum Besser. Mach auf! Na, das war klar, dass es hier nach unten geht. Ich hab ja auch gedacht, dass an der anderen Tür geht es nach unten. Ich muss jetzt so den 50-50 schauen. Na, Herzen ist auch mal eine feine Sache. Okay. Warum finde ich hier immer diese unglücksten Räume? Mann, was soll ich damit? Soll ich gerne einen Bestechen oder was ist los? Okay, jetzt Schluss mit dem Spielchen. Ich hab keinen Bock. Jetzt stickt doch alle nicht ganz da oben. Genau, ich laufe einfach in alles rein, was da ist. Ja, genau, das war ja klar. Witze, die nicht witzig sind. Fängt mit The Legend of an und hört mit Zelda auf. BAM! Voll in die Fresse. Ach ne, jetzt sag ich. Ach du Scheiße! Ich weiß leider hier nicht mehr so ganz den Weg in die vernünftige Richtung. Das sieht schon mal ganz gut aus. Power, direkt wieder in die Fresse. Gleich nochmal. Jetzt von ihm gleich auch noch einen. Oh ne, krass. Vielleicht soll ich erst dann irgendwo da hingehen, wo die Tür aufgesangen ist. Ich glaube, das ist irgendwo rechts und nicht hier. Wenn ich mich richtig erinnere. Ich muss doch gleich wieder diesen Windschalter finden. Nein! Oh! Ich habe vielleicht die Augen links und rechts gesehen. Ich bin losgerannt, weil ich diesen Typen weggerannt wollte. Ich wusste noch, dass der da rumlief. Aber ich habe vergessen, dass da ein Abgrund hinter war. Jetzt geht die Magie aus. Ach Leute, das könnte nicht euer Ernst sein. Was hat der da für Schäden? Ja! Perfekt! Gib mir was für Lümschen, danke. Ich muss mal ein bisschen tricksen hier. da geht es wieder nach draußen, was soll ich draußen haha, witzig, also ich habe mal eine nette Aussicht, ich trinke jetzt mal so ein rotes Wasser aber das war es dann auch schon also bekommen wir praktisch eigentlich nur diesen blöden Schlüssel so so Ja, Mann. Oh no. Carter? Da geht es schon zum Endgegner, könnte ich jetzt theoretisch schon hinmarschieren, ich habe den Gegenstand, ich habe die Teile, die Dingens rum uns, ach ich habe sonst irgendwie sowieso alle Räume gesehen, habe ich den Eindruck, weil das dann mit dem Schalter dann doch diese Tür offenbar aufging, in die ich reingegangen bin, ich glaube das wäre irgendwo eine andere gewesen, nein, ach du Penner, jetzt hau doch mal ab, ich frage mich die ganze Zeit, warum die meine Magie nicht abziehen, haha, ich habe ja gar keine mehr. So, Freunde, natürlich, genau, ziehe ich die Magie direkt wieder aus der Tasche, wir haben noch irgendwas? Wir brauchen für den Spinn auf jeden Fall Magie, wir gucken, ob das rausgeuft, wir gucken, der Raum jetzt hier noch kam, ach cool, wir bekommen vorher, ja brauchen wir auch nochmal, haha. Ja, der Typ mit den Mehrfachköpfen, ähm, cool, und doch nicht so lang für die Dungeon gebraucht, wie ich dachte, was halt, ich lege das jetzt noch fünfmal um, aber ich meine, generell durch die Räume zu kommen, aber zum Lachen war es trotzdem nicht, also, komisiert habe ich mich kein bisschen mit, ohne sagen, jo, Digga, so, man ahnt schon, was man tun muss, ein roter Kopf, ein blauer Kopf, natürlich das entsprechende andere Element, dann haut man ein paar mal drauf. Ich fange mit blau an, weil der den Boden einreist, wer hätte das gedacht, und dann kann man mich nicht mal vernünftig bewegen, dieser Schlammheini ist ja nicht ganz so gefährlich. Halt mal still. So. Keine Sorge, der Typ gibt noch keine Ruhe. Oh Junge, bist du bald fertig? Könnt man die einfach draufhauen, oder? Auch die leuchtende Mitte natürlich. Witzfigur. Und dann krieg ich das Herz überhaupt, wenn es jetzt in der Wand hängt? Yo Lady, da bin ich. Ich bin dir so dankbar, dass du den langen Weg gekommen bist, mich zu bezweilen. Es ging immer nur um dich, nie um die anderen Menschen. Du bist der Held der Legende, auf den wir gewartet haben, das wusste ich gleich. Ganon befindet sich in seinem Turm auf dem Berg, geschützt durch einen magischen Riegel. Er ist bereit, schon bald durch das Tor zu schreiten, das die Welten verbindet. Hat Ganon Hyrule erst einmal betreten, kann ihn wohl niemand mehr aufhalten. Wir werden sehen. Du hast aber eine Chance, ihn aufzuspüren, solange er in der Schattenwelt ist. Nimm die Kristalle und mach dich auf zu Ganons Turm. Vertraue uns. Wir sieben werden unsere Kraft vereinen, um den Zutritt zum Turm zu verschaffen. Gemeinsam mit dir werden wir diesem Lande den Frieden wiederbringen. Nur Mut. Ja, ich hab das verstanden. Möge der Weg des Helden zum Trifolz führen. Wunderbar. Dann machen wir jetzt direkt den Cut. Es geht dann demnächst weiter mit Ganons Turm. Wie gesagt, auch da, weil jetzt noch nicht mehr was uns erwartet. Kann sein, dass das auch wieder so Spielchen mit so Plattformen waren. Ich glaube, das war auch ganz viel mit so unsichtbarem Boden. Wo man aber mit Hilfe dieses Stabes gucken muss, wie weit kann man gehen, wann stürzt man ab und so weiter und so fort. Ja, werden wir dann sehen. Danke fürs Zusehen an dieser Stelle und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Körbocken 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 Körbocken